Musik Ich habe es endlich geschafft Ich bin der beliebteste YouTuber Ich verwalte mein eigenes Netzwerk Das war ein schwieriger Weg bis dahin Das ist meine Geschichte Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Von YouTubers Live Natürlich nehmen wir ihn an Oh nein Ja Sieht sehr schön aus Das sieht ganz gut aus Ernsthaft Was gibt es denn die für Haare Sieht eher so aus wie Frau Ja das sieht ganz gut aus Die sehen ja nicht ganz ganz aus wie Augen für mich Und Ich glaube ich sollte gleich mal die Musik ein bisschen leiser machen Boah Perfekt Ja da gibt es ja noch einen Und den ich auswählen kann Vollbar sieht ein bisschen dämlich aus Ja Sehr geil Nehmen wir aber gar keinen Die schönen Haare soll man ja auch sehen Ja bestimmt ziehe ich eine Winterjacke an Das sieht auch normal aus Schön mit Wärmung drauf Oh das sieht am besten aus Kurze Hose Und eine Doppelhose Ich glaube schon so muss es sein ja Ich werde es sehen Wenn ich das so mache dann noch eins Das sieht schön rot Ja Sieht aber mein schönes Gesicht nicht Gesellig Habgerecht Was da Die Party Einfach mal gesellig Gaming Mode Mode Ja auf jeden Fall Und siebt hier ne Namen Ich nehme hier einfach mal vor Es ist Name des Kanals Shadow Force Natürlich irgendwie auch anders Boah war das laut Scheiße was war das So ein sehr schöner Ladescreen In diesem Raum begann ich mit Mit meinen ersten Videoaufnahmen Ich war gerade mit meiner Mutter hierher gezogen Und hatte auch nicht viele Freunde in der Nähe Schauen wir uns die ersten Dinge mal genauer an Wirf einen Blick durch dieses Zimmer Wo du lernst Die Nummer eins Youtubers live zu werden Du kannst deine Maus und deine Tastatur verwenden Um die Kamera zu steuern Rotiere die Kamera mit Mit langen Maustaste Wege die Kamera mit der rechten Maustaste Alter wie laut Wie laut sind denn die Sounds bitte In diesen Tagen hatte ich viel Spaß mit den Spielen die ich in diesem Regal hatte Warte wir machen mal ein bisschen Warte wir machen mal ein bisschen Was man nicht ganz hoch rein zoomen kann Ist es Ist es Ist es da meine Mutter Ganz toll Mutter Ja Gehe zu dem Blinkenden Regal Da Wow Fehl ein Video Wow Ja Dann wählen wir mal ein Spiel aus Also Ja Wir haben einmal Empire Planet 2 und Ja auch nicht So sind die Soundeffekte alle so laut Webcam Videoauflösung In dieser Phase musst du die Webcam und das Mikrofon konfigurieren Sofern du während der Videoaufnahme eines verwendest Dein Arbeitsplatz verfügt über eine begrenzte Menge von Renderpunkten Basierend auf den verbauten Komponenten Die meisten erweiterten Einstellungen werden die Qualität des Videos verbessern Und verbrauchen diese Renderpunkte Die am meisten geeignete Einstellungen für deine Aufnahme Mikrofonfilter Webcam Videoauflösung Arbeitsplatz 1 Befugbare Leistung 12 Mietige Auflösung Wow Ein Filter Monoausgang Das ist das einzige was ich machen kann Ja Ja End Ich stecke ein zweiter Was denn Warum sind die Effekte denn so laut Dieser Phase stehen die verschiedenen Herausforderungen bevor Ich muss die Karte mit den darunter angezeigten Fähigkeitspunkten verwenden Beachte dabei jedoch die Situation die unter hier im Videoclip angezeigt wird Wähle jeweils die Karte für jede Situation im Spiel aus Was es in dem Video gibt Wow geil Sexy Ding in der Kommentar komm Lolo Ich spielst Mal zurück Egal Ich muss das erstmal lernen Insgesamt verdienen Wow G sound Wow Nachbeidung 2 Das ist jetzt eine Note oder Punkte So Erstelle Ein Video in dem du Videoclips in die Bearbeitungsspur ziehst Und versuche sie anzupassen so gut wie möglich Du kannst auch Effekte hinzufügen unter der Berücksichtigung der Renderpunkte deines Arbeitsplatzes Schließlich klickst du dann auf Rendern Ziehe die Videoclips in die Bearbeitungsspur Und klicke dann auf Rendern um das Video fertigzustellen So einfach geht Rendern Titel wählen Äh Renderpappeln Gleicher Fokus Farbe zuordnen Weiß nicht was Farbe zuordnen heißt So Interesse 46 Inhalt 5 Videoqualität 6 Nachbeidung 0 Nice Perfekt Script 1 Interaktion 1 Videobearbeitung nichts Sound Oh Neues Level Äh Nachbeidung Nachbearbeitung Ich bin immer über die Zeit Bin ich das eigentlich? Ach ich glaube dass mein zukünftiges dieser Typ der am Anfang geredet hat So Ich bin immer über die Zeit die man für das Hochladen eines Videos braucht beärgert Aber ich sage es dir die Aufrufe die Abonnentenanzahl Und das einfließende Geld zu beobachten ist großartig Außerdem gibt es immer Kommentare die mir helfen zu sehen ob meine Videos wirklich gut sind Ich musste jeden Monat einen Test schreiben also musste ich lernen Wenn ich diesen bestanden hatte erhielt ich eine Belohnung aber wenn ich durchgefallen hatte Hatte mich meine Mutter bestraft Ja So Wird ein Leben Um in die Schule zu gehen Um in die Schule zu gehen Musste ich einfach nur aus der Tür hinaus gehen Ernsthaft Das heißt Zimmatoren wähle leeren aus Ja ne Ja als ob ich jetzt schon was Wie schnell geht denn das alter Ich kenne das ja von unserem Kanal Mit den Zwei Sekunden Zwei In eine Minute oder so 28 Aufrufe in sieben Aber nennen Alter 31 Aufrufe Hä 28 Aufrufe 31 Aufrufe Das Daumen hoch Ich kann immer überprüfen ob ich Für den Test bereit bin indem ich auf Den Kalender an meinem Handy schaue Aber zur Schule zu gehen Und die Noten bekommen ist nicht alles Im Leben Manchmal gehe ich auch einkaufen und überprüfe neue Veröffentlichung von Spielen und Konsolen Ja Muss mein Zuhause zum Einkaufen nicht verlassen Online Bestellungen sind eine einfache und schnelle Art um Dinge zu bekommen Haha Ja nochmal zu sagen immer nur Wende deinen PC zum Einkaufen Um einzukaufen Einkaufen Achso Ja Amazing Und Ja Also Es war früher allerdings nur drei Es waren früher allerdings nur drei Läden verfügbar Die übrigen wurden mit der Zeit veröffnet Ich konnte einen von den Läden besuchen oder auf das Kreuz klicken um den Einkauf zu beenden Seewold Natürlich Amazing Ja wie geil sieht das aus Die einfach alle gleich sehen Achtes Zirkus Kaufen für 34,99 Meine Konsolen Money P E Spie Non Tindo DS Als ob Die einfach so die Aussprache haben die einfach ausgeschrieben Moneyplay Studios Microsoft Setbox Weiß man überhaupt nicht was damit gemeint ist Total PC Meine Konsolen Okay Hä Hä Nein Oh Geld dazu bekommen SeaWorld Weißt du wie rausgehäuse USB 3.0 Weißes gehäuse USB 2.0 19 Zoll Was sieht verkeits... Ist das ja... Voll geil ist das alles was ich habe wie soja dann habe ich alles wenn wir alles die gut einfach mal dafür dass wir uns eine maus kaufen der freund meiner freunde so mann hallo ich habe bereits mit der das war nicht so gut ich war bereits mit den grundelementen der herstellung von videos vertraut mir war bewusst dass er anfang schwer sein würde ja richtig schwer aber ich hatte mich dazu entschlossen ein youtuber zu werden und niemand konnte mich stoppen ich würde es schaffen wenn du dich lernst werde ich die haushares geben brauchst dann auch nicht weinen wenn ich das durchziehe ich weine man ich bin der härteste eine neue maus sicherheit lerne jedenfalls dann lerne ich denn die 24 stunden lang lerne ja ich sollte mal auf den kalender gucken start um vorbereitung für die berufung naja zu gelernt dann dauer ein ein das ist ja januar das ist ein ein der januar ein 30 tage zeit memphis es gibt irgendwo shadow man das irgendwo wir sind wissen wissen oder als ob der schnitt schon den klatsch hat nehmen wir einfach mal so machen chatten so offen das ist für dich überhaupt kein Problem ist neue freunde zu finden Habe ich glatt mal eine Nachricht bekommen von irgendeinem Typen? Das ist für mich nicht so neu, ist egal. Was ist das? Nachrichtigung, okay. Das ist Geldaufträge, Ziel. Was ist das denn? Belohnung, zurück zur Schule, okay. Ach, da kriegt man aber Belohnung. Das ist jetzt so eine Mischung aus Sims und irgendwas anderem. Level, Geld, das ist Erfahrungslevel, schätze ich mal. Hey, wie geht das denn? Neues Gaming-Video aufrufen. Natürlich eine geile Freundin. Was ist denn die Beziehung an? Hallo? Bekanntschaft? Das sind schon keine Mitarbeiter, als ob ich Mitarbeiter einschneide. Das ist ja einfach, denk ein bisschen darüber nach, was du sagen willst. Spiel so gut du kannst und füge meinen Nachbarn an. Ein paar nette Effekte dazu. Erleichtert. Ich hab' ein neues Gaming-Video erstellen. Ich hab' ein neues Gaming-Video erstellen. Was für 1099? Ich hab' ein neues Spiel. Ich hab' ein neues Spiel. Erlesene, wassie 결ziert. Beach of в harine Isla... Nein? Deine Abonnenten sind besorgt, named sollte seine Videos hochladen. Perfekt, ich werde jetzt ein Gaming Video machen, dann Gameplay, so niedrige Auflösung, ein Filter ohne Ausgabe, auf Slot 1 kann ich nichts ändern. Nichts mit Gameplay, weiter. Was ist ein E-Stack? Würde ich äußern. Zusammenfassung des Spiels. Lustiger Kommentar, alles klar. Sonst kann jemand gleich mal weiterklicken. So. Dann. Wie muss man, ach, man muss jetzt anscheinend zusammenschneiden. Also. Winkel wählen. Schöne. Ja, noch. Musik 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 Musik